Kennst du den Rapper Murat Kill? Kenn ich, stabiler Junge aus Frankfurt, Marokkaner, auch ein Freund von Farid und Moe, habe ich dich kennengelernt, netter Junge, mag ich sehr gerne. Stabiler Dude. Elias Bosch mag mich irgendwie nicht, ja dann geh halt in einen anderen Stream oder so. Fickt mit wem ist der neue Trend auf diesem YouTube Game, wa? Wer fickt mit wem ist der neue Trend? Ich weiß nicht was du meinst, aber ja.